Am Hovordam im Südwesten der USA ist es zu einer Explosion gekommen. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen eine große, schwarze Rauchwolke, die über dem Wasserwerk der Talsperre aufsteigt. Laut der für die Wasserwirtschaft zuständigen Behörde Bureau of Reclamation handelt es sich bei dem Vorfall um einen Transformator, der Feuer fing. Feuer am Hovordam unter Kontrolle. Hier können Sie die Explosion im Video sehen. Der Behörde zufolge soll das Feuer rund eine halbe Stunde nach Beginn des Brenns durch die örtliche Feuerwehr gelöscht worden sein. Die Nachrichtenagentur AP berichtet unter Berufung auf Behörden, dass bei dem Feuer keine Menschen verletzt worden seien. Auch die Stromversorgung in der Region sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.